Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Vor Beginn der eigentlichen Vorlesung eine kleine Bemerkung in eigener Sache. Ich habe kürzlich eine Studie der Universität Trier der Medienwissenschaft gelesen, Professor Bucher, in der es um Wissensvermittlung in Videos ging und eine Warnung, die mich sehr betroffen gemacht hat, war die, die eigene Person nicht zu sehr in den Vordergrund zu stellen, denn Personen, so wurde da gesagt, können ein Ablenkungsfaktor sein. Da habe ich mich gefragt, ob ich vielleicht in Zukunft mein Gesicht lieber nicht zeigen sollte, glaube aber doch, dass es vielleicht besser ist, wenn ich Ihnen auch weiterhin aus dem Bildschirm ins Gesicht schaue. Andere Empfehlung war, die Hörerinnen und Hörer, die Teilnehmer zur Partizipation aufzufordern, wie das professionelle YouTuber auch machen. Dem möchte ich in zweifacher Weise Folge geben. Zum einen möchte ich nochmal erinnern an die Wiederholungs- und Vertiefungsaufgabe zur letzten Stunde. Die liegt mir besonders am Herzen, weil es ein schwieriger, aber auch ein schöner Fall ist. Ich löse den deswegen noch nicht auf heute, sondern würde vielleicht Ihnen noch Gelegenheit geben, sich die Leitfragen dazu nochmal anzuschauen und vielleicht zu überlegen, ob Sie nicht dazu noch Antworten geben wollen. Das wäre eine gute Übung für Sie und eine schöne Rückmeldung für mich. Und zweitens möchte ich anregen, dass Sie mir, sei es in die Kommentare zu diesem Video, sei es per E-Mail, sei es auf anderem Weg, Ihre Fragen zukommen lassen zu dem, was ich bisher präsentiert habe, Ihre Wünsche zu dem, was vielleicht in den letzten Folgen noch drankommen sollte, bevor das Semester zu Ende ist und generell Ihre Anregungen dazu, wie diese Serie besser werden kann. Damit aber genug der Nachfragen und Aktivierungsversuche. Wir haben viel vor. Wir sprechen heute über Fides und Insania, Treue und Wahnsinn, denn das sind für die Entwicklung des Erbrechts in der Prinzipatszeit zwei wichtige Termini. Es geht also um das Erbrecht einmal mehr und nun um das Erbrecht in der klassischen Zeit und politisch in der Zeit des Prinzipats. Ehe wir uns die Einzelheiten anschauen und uns fragen, was Treue und Wahnsinn dafür eine Rolle spielen könnten, erinnern wir uns nochmal an das Erbrecht der Betenrepublik, also das Erbrecht praktisch zum Zeitpunkt der Ermordung Julius Cäsars, so wie wir es in den letzten Folgen schon kennengelernt hatten. Es gilt bis in die Späte Republik prinzipiell das Intestat-Erbrecht der zwölf Tafeln, das heißt, wer Kraftgesetzes die Erbschaft bekommt, wenn es kein Testament gibt, bestimmt sich nach diesem uralten Gesetz, aber es hat schon begonnen, dass der Prätor dieses Erbrecht der zwölf Tafeln korrigiert. Das Mittel dazu ist die Zuweisung des sogenannten Nachlassbesitzes, lateinisch bonorum possessio. Der Prätor gibt also demjenigen das Recht, den Nachlass in Besitz zu nehmen, der nach seiner Einschätzung der Erbe ist, oder eben manchmal jemandem, der offensichtlich nicht Erbe ist, aber nach Einschätzung des Prätors das Erbe eigentlich verdient. Im Bereich des gesetzlichen Erbrechts besteht der Eingriff darin, dass emanzipierte Kinder mit erbberechtigt werden, obwohl sie nach den zwölf Tafeln eigentlich aus der Familie und dem Erbrecht ausscheiden. Und wenn es keine weiblichen Abkömmlinge gibt und keine Verwandten im Mannesstamm, Adgenaten, dann kann die Erbschaft nach dem prätorischen Erbrecht auch in Besitz genommen werden von Blutsverwandten in weiblicher Linie. Das ist die zweite große Änderung. Ansonsten bleibt es weithin beim zwölf Tafel Recht, und das bedeutet unter anderem auch, dass Frauen eine recht ungünstige Stellung haben. Man können auch Frauen erben als Sui Heredes, als Kinder des Erblassers, die in seiner Hausgewalt standen, oder als Adgenaten, Verwandte in männlicher Linie. Denn auch Frauen können Verwandte in männlicher Linie sein, wenn sie über Männer mit dem Erblasser verwandt sind. Aber es gibt verschiedene Einschränkungen. Zum einen erbt eine Frau prinzipiell nichts nach ihrem Ehemann. Das wäre nur dann anders, wenn sie noch in seiner Hausgewalt steht. Das gibt es aber gegen Ende der Republik nur noch selten. Ansonsten gibt es keinerlei Erbberechtigung der Ehefrau beim Tod ihres Mannes. Und es gibt auch kein Erbrecht der Ehefrau nach dem Tod ihrer eigenen Kinder. Das Erbrecht der Frauen als adgnatische Verwandte, Verwandte im Mannesstamm, ist gegenüber dem von Männern eingeschränkt. Frauen sind nur bis zu einem bestimmten Grad erbberechtigt. Bei Männern geht das weiter. Und schließlich kann man auch eine Benachteiligung von Frauen darin sehen, dass wenn eine Frau stirbt, ihre eigenen Kinder nichts von ihr erben nach der gesetzlichen Regel. Im Bereich des Intestat-Erbrechts erinnern wir uns, ist das beherrschende Instrument, das Manzipationstestament, also dieses Ritual, mit dem eigentlich schon zu Lebzeiten des Erblassers das Vermögen einem Treuhänder überschrieben wird, der aber letztlich nur die Aufgabe hat, nach dem Tod des Erblassers die Erbschaft zu verteilen. Das ist das Ritual, aber dieser Sinn, den ich gerade noch mal erinnert habe, der ist verloren gegangen. Das ist ein völlig sinnentleertes Ritual nunmehr, das aufgeführt werden muss und bei dessen Gelegenheit ein schriftliches Testament präsentiert wird, den Zeugen. Auch da gibt es schon Ansätze einer Veränderung, denn der Prätor erteilt auch bei testamentarischer Erbfolge den Nachlassbesitz, dem, der ihm als Erbe erscheint. Und das ist prinzipiell jeder, der ein von sieben Zeugen gesiegeltes Schriftstück vorlegt. Diese sieben Zeugen ergeben sich aus dem Manzipationsritual, bei dem sind fünf Zeugen gefragt. Zu diesen fünf Zeugen kommen zwei Personen hinzu, die bei der Manzipation gebraucht werden, aber eigentlich keine Funktion mehr haben, nämlich zum einen der sogenannte Waughalter und zum anderen der Familie Emtor, derjenige, der eigentlich als Treuhänder agiert. Die beiden haben am Ende der Republik keine Funktion mehr und werden deswegen letztlich als weitere Formpersonen, weitere Zeugen angesehen. Und alle diese anwesenden Personen siegeln das schriftliche Testament, das beim Manzipationsritual präsentiert wird. Und der Prätor sagt nun, wenn ich ein von sieben Personen gesiegeltes Testament gezeigt bekomme, interessiert mich nicht, ob das Ritual stattgefunden hat, dann werde ich den Nachlassbesitz dem geben, der in diesem Testament als Erbe benannt ist. Da sieht man also, dass Ritual erodiert. Es bildet sich so langsam eine neue Form heraus. Ansonsten hatten wir hervorgehoben, dass ein besonderes Kennzeichen dieser spätrepublikanischen Erbrechtsordnung die totale Testierfreiheit ist. Es gibt keine materiellen Beschränkungen der Testierfreiheit, es gibt nur das sogenannte formelle Noterbrecht. Damit sind gemeint rein formelle Beschränkungen der Testierfreiheit, die darin bestehen, dass der Erblasser, wenn er nahe Angehörige enterben will, das in der richtigen Form tun muss, damit es wirksam ist. Dadurch wird ihm das erschwert und die nahen Angehörigen werden ein Stück weit vor der Enterbung geschützt. Das ist aber die einzige Beschränkung, wenn der Erblasser sich daran hält, dann kann er verfügen, wie er will. Die Beschränkung besteht im Wesentlichen darin, dass er, wenn er nahe Angehörige, Abkömmlinge von der Abschaft ausschließen will, das ausdrücklich tun muss, also ausdrücklich vermerken muss, diese nahen Angehörigen, diese Kinder bekommen nichts. Wenn er ihnen einfach nichts zuspricht in seinem Testament, sie also nicht erwähnt, ohne sie ausdrücklich zu enterben, und dann nimmt man an, dass er einen Fehler gemacht hat und das ganze Testament ist unwirksam. Darin besteht also die letztlich einzige Beschränkung der Testierfreiheit. Wählt man sich an die richtigen Formen, kann man nahezu unbegrenzt verfügen, was man will. Wir werden jetzt sehen, dass es sowohl im Bereich des gesetzlichen Erbrechts wie im Bereich des testamentarischen Erbrechts Änderungen gibt. Im gesetzlichen Erbrecht ändert sich etwas an der Lage von Frauen. Im testamentarischen Erbrecht lockern sich die Formen. Es gibt neue Gestaltungsmöglichkeiten. Es gibt aber auch zusätzliche Beschränkungen der Testierfreiheit. Diese ganz unbeschränkte Testierfreiheit verschwindet. Schauen wir uns das nacheinander an. Fangen wir an mit den neuen Regeln für das Erbrecht von Frauen. Da sind zwei neue Regelungen aus der Kaiserzeit, aus der Prinzipatszeit zu vermerken. Zum einen das sogenannte Senatus Konsultum Tertullianum. Danach werden Frauen in der Stat-Erben ihre vorverstorbenen Kinder. Das heißt, es gibt nun ein Erbrecht der Mutter nach ihrem Kind. Voraussetzung ist, dass die Mutter drei Kinder geboren hat oder ihr ein solcher Rechtsstatus als gestandene Frau verliehen ist. Dann wird sie erbfähig. Außerdem muss sie hinter bestimmten Personen stehen. Das Ganze ist auf dem Quellenblatt in einem Text aus der sogenannten Epitome Ulpiani oder auch den Ulpiani Regulae ausführlich geschildert. Zusammen mit einem zweiten Senatsbeschluss, der das Umgekehrte regelt. Also die Möglichkeit von Kindern, Erben ihrer Mutter zu werden. Auch das gab es ja vorher nicht. Bemerkenswerterweise gilt das sogar für nicht-eheliche Kinder. Auch die werden Erben ihrer Mutter. Und es gilt sogar dann, wenn die Kinder eigentlich noch vermögensunfähig sind, weil sie in der Hausgewalt des Vaters stehen, dann bekommen sie trotzdem eine Berechtigung am Erbe ihrer Mutter. Das ist also ein tiefer Eingriff in das System und führt auf die Dauer dazu, dass eine besondere Vermögensmasse entsteht. Nämlich eben das Gut, das Kinder von ihrer Mutter bekommen haben, das deswegen nicht unter die Verfügungsbefugnis des Vaters fällt, die sogenannten Bona Materna. Insgesamt wird mit diesen beiden Senatsbeschlüssen gesetzliches Erbrecht geschaffen. Sie erinnern sich daran, in der Prinzipatszeit geht die Gesetzgebung auf den Senat über. Die Volksversammlung tagt nicht mehr. Es wird also eine neue gesetzliche Grundlage geschaffen mit diesen Senatus-Konsulta. Sogleich können Sie aus dem Ulpian-Text oder dem Ulpian zugeschriebenen Text, dieser Ulpiani Regulae, auch entnehmen. Was wir in der Stunde über die Verfassung des Prinzipats gesehen hatten, da wird nämlich das Senatus-Konsultum auch als Kaiserrede bezeichnet. Also für den Juristen ist klar, auch wenn das ein Senatsbeschluss ist, ist das letztlich etwas, was der Kaiser im Senat durchgedrückt hat und deswegen schwankt die Terminologie. Derselbe Gesetzgebungsakt wird mal als Kaiserrede im Senat bezeichnet, weil eben die Rede des Kaisers das eigentlich zentrale ist und mal als Senatsbeschluss. Das können Sie in diesem ersten Quellentext sich nochmal anschauen und sich auch über die Einzelheiten dieser beiden Senatus-Konsulta informieren. Sie schaffen beide ein neues gesetzliches Erbrecht zu den zwölf Tafeln dazu und das heißt auch, in der prätorischen Vergabe des Nachlassbesitzes gehören die Berechtigten aufgrund dieser beiden Senatsbeschlüsse zu den gesetzlichen Erben. Sie werden in der Klasse und die Legitimie in der zweiten Klasse aufgerufen. Die erste Klasse ist ja die für die leiblichen Kinder einschließlich der emanzipierten Kinder. Das hatten wir schon in der Einheit über das republikanische Erbrecht uns angeschaut. Damit sind wir schon beim testamentarischen Erbrecht und zunächst mal ist zu konstatieren die schon angedeutete Lockerung der Testamentsform, was schon in der Späten Republik beginnt. Die Verleihung der Bonorum Possessio allein aufgrund eines von sieben Zeugen gesiegelten Testaments wird formalisiert. Kaiser Antoninus Pius, einer der Adoptivkaiser, bestimmt ausdrücklich, dass das Erbe endgültig bei dem, der durch ein solches Testament ausgewiesen ist, verbleibt. Das heißt, wenn es ein Siebenzeugentestament gibt, bekommt derjenige, der dort als Erbe genannt ist, die Bonorum Possessio, den Nachlassbesitz vom Prätor, wenn dann jemand auftaucht und sagt, das Testament ist unwirksam, es hat nämlich das Emanzipationsritual nicht stattgefunden und ich bin der gesetzliche Erbe, das könnte also ein adgenatischer Verwandter sein, dann wird ihm nicht die Gelegenheit gegeben, das Erbe herauszufordern vom Testamentserben, der behält die Bonorum Possessio, den Nachlassbesitz, aufgrund seiner Stellung. Der Prätor schützt ihn unter Abweichung von den gesetzlichen Regeln davor, dass eben der gesetzliche Erbe sein Erbrecht gelten macht. Damit ist letztlich die Testamentsform geändert. Es braucht nicht mehr das Ritual. Auch wenn das Ritual nicht eingehalten ist, wird derjenige Inhaber des Nachlasses, der in diesem Siebenzeugentestament benannt ist. Damit hat der Prätor ohne formell das Zwölfstafelgesetz außer Kraft zu setzen oder die Formvorschriften des hergebrachten Testamentsrechts eine neue Testamentsform eingeführt, die eben kein Ritual, keine Emanzipation mehr verlangt, sondern nur eine Urkunde, die von sieben Zeugen gesiegelt wurde. Daneben gibt es auch die Möglichkeit, gänzlich formlos zu verfügen in einem sogenannten Kodizil. Zunächst mal an dieser Stelle zu erwähnen, dass im Testament bestätigte, konfirmierte Kodizil, ein solches Kodizil zählt als Teil des Testaments, das ist also ein formloses Schriftstück, irgendein Zettel, auf dem zusätzliche letztwillige Verfügung des Erblassers stehen und sie gelten dann, wenn das Testament darauf hinweist, dass es so ein Kodizil gibt, als Teil des Testaments. Damit kann man also sich die Möglichkeit erhalten, formlos Verfügung zu ergänzen oder auch abzuändern, indem man ins Testament hineinschreibt, es gibt zu diesem Testament noch ein Kodizil. Das muss zur Zeit der Niederschrift des Testaments noch gar nicht existieren. Es kann im Nachhinein gefertigt oder verändert werden. Damit kann man also das Testament dynamisch erhalten. Und schließlich gibt es ein Sonderrecht für Soldaten, das eine relativ große praktische Rolle spielt. Soldaten, von denen wird angenommen, dass sie die schwierigen Testamentsformalien nicht einhalten können. Das gilt vor allem dann, wenn das Soldaten sind, die vielleicht vor ihrem Eintrittsmilitär ja gar nicht römische Bürger waren. Denen wird gestattet, völlig formlos zu testieren. Man stellt sich auch vor, die haben ständig den Tod vor Augen, die müssen kämpfen und deswegen wird denen die Befreiung von allen Formen und den meisten Bestimmungen des römischen Testamentsrechts gewährt. Das fängt schon an bei Julius Cäsar, also ganz gegen Ende der Republik und wird von Kaiser Trajan im Einzelnen normiert. Viel weitergehend und damit sind wir dann endlich beim ersten Titelstichwort Fides ist eine Neuerung, die unter dem Namen Fide-E-Komis läuft. Ein Fide-Komis, ich springe mal eine Folie weiter, ist ursprünglich eine ganz formlose Zuwendung. Es geht also um einen Erblasser, der gerne einem bestimmten Begünstigten was zukommen lassen würde und aus Gründen, über die wir gleich noch sprechen können, dafür sich nicht dahergebrachten Formen bedienen will. Er kann schon seit jeher stattdessen formlos jemanden, der was aus seinem Nachlass bekommt, also den Erben oder auch einen Vermächtnisnehmer, bitten, einen Teil von dem, was er bekommt, weiterzugeben an den Begünstigten. Also der Erblasser äußert diese Fide-E-Komis-Bitte, die heißt so, weil eine typische Formulierung, die ist, ich vertraue es deiner Treue an, ich vertraue auf deine Treue, dass du das und das tust. Letztlich ist das eine ähnliche Konstruktion, wie wir sie schon beim Manzipations-Testament kennengelernt haben. Ich wähle eine Treuhand-Konstruktion, um ein erbrechtliches Ziel zu erreichen. Ich gebe also zunächst etwas an einen Treuhänder, das wäre hier der Erbe- oder Vermächtnisnehmer. Der bekommt was aus meinem Nachlass, aber nicht, um es zu behalten, sondern um es weiterzugehen, zu treuen Händen. Seit Augustus werden diese Fide-E-Komisse nun als verbindlich angesehen. Das heißt, aus der Fide-E-Komis-Bitte des Erblassers ergibt sich ein Anspruch des Begünstigten darauf, dass der Fide-E-Komis-Belastete, also der Erbe- oder Vermächtnisnehmer seinerseits das Fide-Komis auch ausführt. Das ist also die Grundlage. Letztlich wird damit eine zusätzliche Form der erbrechtlichen Zuwendung neben der Erbeinsetzung und dem Vermächtnis geschaffen, indem das zu einer durchsetzbaren Verfügung wird. Die meisten Regeln des Erbrechts gelten da nicht oder nicht mit voller Strenge. Vor allem muss man für dieses Fide-Komis keine Form einhalten. Nicht die Testamentsform, auch nicht irgendeine Sieben-Zeugen-Form, sondern man kann das mündlich oder schriftlich in beliebiger Weise machen. Einige Regeln des Erbrechts werden ausdrücklich dann auf Fide-Komisse erstreckt. Das ist unter anderem die berühmte Lex Falkidia. Das ist ein Gesetz, das den Erben davor schützen soll, dass seine Position völlig entleert wird, dadurch, dass der Erblasser das gesamte Vermögen in Form von Vermächtnissen an Dritte weiterreicht. Dem Erben muss nach dieser Lex Falkidia immer mindestens ein Viertel der Erbschaft tatsächlich zu seiner Verfügung verbleiben. Wenn Vermächtnisse in einem Umfang ausgeworfen sind, dass mehr als drei Viertel der Erbschaft vom Erben an Dritte, an Vermächtnisnehmer ausgeteilt werden müssen, darf der Erbe die Vermächtnisse kürzen. Das gilt auch für Fide-Komisse, denn ansonsten wäre diese Lex Falkidia natürlich infällig. Das Ganze beruht auf dem Gedanken der Treue, die für die Römer ja sehr wichtig ist, die auch im Vertragsrecht eine große Rolle spielt. Man stellt sich also vor, der an dessen Fides, an dessen Treue appelliert wird, der ist letztlich moralisch, aber seit Augustus auch rechtlich gebunden, das Gewünschte auszuführen. Weil Augustus diese Einrichtung neu einführt, als eine rechtlich anerkannte, muss er auch ein Verfahren schaffen. Er könnte im Formularprozess dafür eine Klage vorsehen. Das tut er aber nicht, sondern er geht an den hergebrachten Gerichtseinrichtungen vorbei und schafft auch ein neues Verfahren, für das er den Konsul zuständig macht. Das liegt nahe. Die Konsulen haben eigentlich nichts mehr zu tun. Seit Augustus Prinzeps ist, Kaiser ist, ist ja die Staatsführung, die den Konsulen oblag, auf den Kaiser übergegangen. Die Konsulen werden trotzdem alle Jahre gewählt. Das gehört zur republikanischen Kulisse. Und um denen ein Tätigkeitsfeld zu schaffen, betraut er die Konsulen mit der Durchsetzung dieser Fidei Commiss. Später wird dafür ein eigener Prätor Fidei Commissarius, also eine zusätzliche Stelle für einen Prätor, eingerichtet. Aber das Ganze bleibt immer außerhalb des Formularprozesses. Es ist eine der Wurzeln für die Herausbildung eines neuen Prozessverfahrens. Wir springen über diese schöne Grafik einmal hinweg und schauen uns an, was man alles mit so einem Fidei Commiss machen kann. Zunächst mal kann man damit dasselbe machen wie mit dem Vermächtnis. Einzelne Gegenstände Dritten zuwenden. Man muss weniger aufpassen als beim Vermächtnis. Für das Vermächtnis waren bestimmte feierliche Worte vorgeschrieben, für die verschiedenen Vermächtnisformen je verschiedene. Das Fidei Commiss ist formlos und formfrei. Man kann also mit beliebigen Worten seine Bitte zum Ausdruck bringen und eben auch auf einem beliebigen Schriftstück oder sogar mündlich man kann auch das tun, was heute als Nachvermächtnis zählt, was also das BGB ins Vermächtnisrecht hineinnimmt. Fidei Commisse kennt das BGB nicht mehr. Man kann nicht einen Vermächtnisnehmer nochmal damit beauftragen, einen Teil dessen, was er bekommen hat, weiterzugeben. Das geht im römischen Vermächtnisrecht nicht. Also man kann dem Erben ein Vermächtnis auferlegen, aber man kann dem Vermächtnisnehmer nicht mehr auferlegen, ein weiteres Vermächtnis, also einen Teil des Erhaltenen als Vermächtnis weiterzugeben. Beim Fidei Commiss ist das der Konstruktion entsprechend möglich. Jeder, der aus dem Nachlass etwas bekommt, kann auch wieder mit einem Fidei Commiss belastet sein. Das kann also der Erbe sein oder ein Vermächtnisnehmer oder auch jemand, der seinerseits ein Fidei Commiss bekommen hat. Das kann man also hintereinander staffeln, so wie das heute mit Vermächtnissen möglich ist. Heute kann man ein sogenanntes Nachvermächtnis anordnen, also demjenigen, der Vermächtnisnehmer ist, das Auferlegen von dem Erhaltenen wieder etwas als Nachvermächtnis weiterzugeben. Zweiter Anwendungsfall, den ich Ihnen kurz vorstellen möchte, ist das sogenannte Universal Fidei Commiss. Da wird im Erben auferlegt, alles was er hat, die gesamte Erbschaft herauszugeben, typischerweise, nachdem er eine Weile was davon hatte, eben in der Regel bei seinem Tod. Man schränkt damit also letztlich die Verfügungsbefugnis des Erben ein. Das, was er als Erbschaft bekommen hat, kann er bei seinem Tod nicht nach seinem Gutdünken weitervererben, sondern muss es aufgrund eines Fidei Commisses weiterreichen. Steht dann also mit dem Tod des Erben ein Fidei Commissarisch, ein Fidei Commissanspruch, dessen, der als nächster Empfänger benannt ist. Diesen Fidei Commissanspruch kann der Fidei Commissnehmer nicht mehr gegen den Erben durchsetzen. Der ist ja voraussetzungsgemäß tot. Er hat aber seinerseits wieder Erben, also Erbeserben. Und von denen kann er dann Herausgabe dieser Erbschaft verlangen. Die bleibt also nicht bei den Erben des Erben, sondern geht nach den Wünschen des Erblassers auf einen anderen über. Auch das kennt das BGB unter dem Titel Vor- und Nacherbschaft. Da ist es also möglich anzuordnen, mein gesamtes Vermögen soll nach meinem Tod mein Freund Fritz erben. Und wenn der Fritz mal stirbt, dann soll als Nacherbe der Ferdinand diesen Nachlass bekommen. Dann geht mein Nachlass also durch zwei Hände. Es wird dabei aber Ferdinand nicht der Erbe von Fritz, sondern er wird eben mein Nacherbe. Das erreichen die Römer, indem sie einen Fidei Commiss aussetzen. Im römischen Recht würde ich also sagen, Fritz soll mein Erbe sein. Und Fritz soll, wird durch Fidei Commiss gebeten, mein Erbe, wenn er mal stirbt, an Ferdinand herauszugeben. Diese Fidei Commissbitte kann Fritz dann nicht selber erfüllen. Sie wird ja wirksam in dem Moment, wo er stirbt. Aber seine Erben haften dann dafür, diesen Nachlass von mir an Ferdinand herauszugeben. Im römischen Recht geht das nur auf dem Umweg über das Fidei Commiss, denn für die Erbfolge gilt die Regel, Semel heres, Semper heres, einmal Erbe, immer Erbe. Also wer einmal Erbe ist, kann diese Erbenstellung nicht verlieren. Genau das, was das deutsche Recht kennt, die Vorerbschaft, Erbschaft auf eine bestimmte Zeit, kennt das römische Recht nicht. Es schafft sich aber dieselbe Gestaltungsmöglichkeit in Form des Fidei Commiss. Eine weitere Möglichkeit, die sich damit eröffnet, ist die, an der Testamentsform total vorbeizugehen. Ein Fidei Commiss kann ich jedem auferlegen, der aus der Erbschaft etwas bekommt. Das kann mein testamentarischer Erbe sein, kann aber auch ein gesetzlicher Erbe sein. Dann kann ich also auf ein Testament ganz verzichten und nur ein formloses Fidei Commiss errichten. Also formlos an denjenigen, der Kraft gesetzt ist, mein Erbe wird, die Bitte richten, gib doch bitte die Erbschaft ganz oder zum Teil an einen Dritten weiter. Damit kann ich letztwillige Verfügung aller Art formlos machen in einem sogenannten Kodizil. Das wäre in diesem Fall ein Kodizil, das nicht im Testament bestätigt ist, sondern das ganz für sich steht und trotzdem zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bietet, weil ich eben Fidei Commiss im Kodizil anordnen kann. Letztlich wird damit also über die Lockerungen, die wir schon gesehen haben, hinaus die Testamentsform entwertet. Ich kann letztlich völlig am Testament vorbei verfügen, indem ich mich dieses Fidei Commiss bediene. Und letzter Punkt. Mithilfe des Fidei Commisses kann ich ansatzweise das verwirklichen, was dann in der Neuzeit eine große Rolle gespielt hat, nämlich das Vermögen auf Dauer in meiner Familie halten. Dem ich sage, lieber Erbe, du bekommst mein Vermögen jetzt, das würde ich dann zuwenden jemandem aus meiner Familie, meinem Sohn zum Beispiel, meinem erstgeborenen Sohn, dem sage ich, du bist mein Erbe, aber zugleich wirst du mit einem Fidei Commiss beschwert, nach meinem Tod, nach deinem Tod, darfst du das, was du von mir bekommen hast, nur an ein anderes Familienmitglied herausgeben. Könnte ich ein bestimmtes bezeichnen oder in die Wahl lassen. Ich sorge jedenfalls dafür, dass mein Vermögen immer in der Familie bleibt. Das ist etwas, was die Römer kannten, das sogenannte Familienfidei Commiss, was dann in stark veränderter Form und nicht allein auf der Grundlage des römischen Rechts, sondern auch auf Grundlage anderer Traditionen im Mittelalter und in der Neuzeit sehr populär geworden ist. Und für diese Einrichtung des Mittelalters und der frühen Neuzeit hat man zumindest den Namen aus dem römischen Recht übernommen. Man hat also insbesondere in adeligen Familien bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts sogenannte Familienfidei Commisse gehabt. Das bedeutet, eine bestimmte Vermögensmasse, das Schloss, die Stammburg oder dergleichen, gehören der Familie immer dem ältesten Sohn und müssen von diesem wieder an den ältesten Sohn weitergegeben werden. Das ist zumindest partiell auf der Grundlage des römischen Familienfidei Commisses, das wir in den Quellen schon finden, ausgearbeitet worden, diese Möglichkeiten, ein Vermögensgegenstand auf lange Sicht in einer Familie festzulegen. Heute ist sowas unerwünscht. Die Weimarer Reichsverfassung hatte gesagt, das muss abgewickelt werden, weil man heute die Herrschaft der Toten über die Lebenden begrenzen will. Man will also genau das nicht mehr, dass ein Erblasser über viele Generationen hinweg bestimmen kann, was aus seinem Vermögen wird. Wir dulden das im Rahmen der Vor- und Nacharbschaft für eine bestimmte Zeit, aber nicht auf Dauer, wie es bei diesen Familienfidei Commissen üblich war. Das soll zum Punkt Fidei Commisse genügen. Sie sehen aber hoffentlich, dass das eine Einrichtung mit enormer systemsprengender Kraft ist, beruhend eben auf dem altrömischen Gedanken der Fides, der Treue zur eingegangenen Verpflichtung. Jetzt endlich kommen wir zum Wahnsinn. Ich habe für den Wahnsinn keine geeignete antike Darstellung gefunden, aber diese schöne, rachsüchtige, in Rache tobende Furie ist eine schöne Elfenbeinschnitzerei aus dem Barock und soll das Stichwort illustrieren. Es geht jetzt um die sogenannte Querela in officiosi testamenti, die Klage wegen pflichtwidrigen Testaments. Nun ist Pflichtwidrigkeit nicht ganz dasselbe wie Wahnsinn würden. Wir sagen, die Römer sahen das anders. Sie haben gesagt, wer ein Testament macht, indem er seine nächsten Angehörigen grundlos übergeht oder grundlos ausdrücklich enterbt, der kann ja nicht ganz bei Sinnen sein. Die römischen Redner haben gesagt, sowas hat den Polor in Sanie, ist sozusagen, hat die Farbe des Irrsinns, es trägt das Siegel des Irrsinns auf der Stirn. Wer sowas macht, der kann nicht ganz bei Trost sein und sowas kann nicht gelten. Das hat sich also entwickelt in den letzten Tagen der Republik, im Wesentlichen aber erst in der Kaiserzeit. Der erste Beleg stammt von 52 vor Christus. Deswegen nenne ich das erst in der heutigen Stunde eine erhebliche Einschränkung dieser unbegrenzten Testierfreiheit. Bisher gab es ja nur die formelle Beschränkung, man muss seine nächsten Anverwandten ausdrücklich enterben. Jetzt reicht das nicht mehr. Auch die ausdrückliche Enterbung ist anfechtbar, wenn es dafür keinen guten Grund gibt. Also man muss seinen Kindern wenigstens ein Viertel der Erbschaft zukommen lassen oder aber begründen, aus welchen anerkennenswerten Motiven sie nichts verdient haben. Also etwa deswegen, weil sie dem Erblasser nach dem Leben getrachtet haben oder einen sonst schuldhaften Lebenswandel geführt haben. Wenn keine solche Begründung ersichtlich ist und die Mindestquote der Pflichtteil nicht eingehalten ist, dann eben sagt man, das Testament zeigt ja, dass der Erblasser nicht mehr ganz bei Trost gewesen sein kann und dann wird das mit Hilfe dieser Anwichtungsklage zunichte gemacht und es tritt stattdessen gesetzliche Erbfolge ein. Das ist der letzte historische Vorläufer unseres heutigen Pflichtheitsrechts, hat aber sehr anders funktioniert und ist auch in der Spätantike zu einem extrem komplizierten Rechtsgebiet ausgebaut worden. Trotzdem, weil der Fokus der letzten Stunde so stark auf der Testierfreiheit stand, ist diese Einschränkung, die nun einsetzt, sehr erwähnenswert. Sie geschieht, wie gesagt, über den Gedanken, wer sowas macht, der muss irgendwie im Wahnsinn befangen sein. Das soll für diesen kurzen Durchgang schon genügen. Vielleicht können Sie sich die wesentlichen Veränderungen durch das Fidei Comis und diese Querella in Oviciusi Testamenti anhand dieser beiden Stichworte Fides und Insania, Treue und Wahnsinn merken. Wenn Sie dann noch daran denken, dass die Stellung der Frau im Erbrecht sich erheblich verbessert, haben Sie die wesentlichen Punkte im Kopf. Nochmal die Erinnerung daran, dass weiterhin die Wiederholungsaufgabe zur letzten Stunde offen ist. Ich werde Ende der Woche dazu ein Auflösungsvideo hochladen. Bis dahin hätten Sie noch Gelegenheit. Ich würde anregen, dass Sie versuchen, sich an diesem schwierigen Text. In der nächsten Stunde schwenken wir dann wieder über zur Verfassungsgeschichte. Dann geht es um das Kaiserreich in der Spätantike, dass man manchmal einen orientalischen Zwangsstaat gescholten hat. Für heute vielen Dank.